Wir sind heute auch in Nörden, in Telacht. Wir werden uns unterhalten mit Herrn Heiko Kampen. Heiko Kampen ist Nörder und weiterer Nörder wird er vertellen. Mein Name ist Heiko Onken, unser Kameramann ist Willi Meindes und wir empfinden auch den 20. September 2017. Herr Kampen, wenn Sie hier den Mann, der oberste Regiment hier fahren, in Telacht, dann vertellen Sie mir eben, das Haus, wo alt ist das denn? Ja, das Haus ist ja nun in das Jahrhundert gebaut worden. Und wir sind natürlich bei der Saal von Elsen, das wir hier nennen, den Rauw, sehr wie immer. Und Elsen, der hat damals 1401 und da hatte ich das Haus dort beraten. Mehr auf Minne, der Altmarkt, die Grundmühlen pro Grundmühlen stand. Auch unten noch in Kelle von dem Museum, Heimatmuseum und dem T-Museum ist das hier in Mittlerwil. Ja. Das Ort Rathaus. Und dann ist das Fisch dann noch nicht fertig, wird auch gebaut worden, so weit. Und da steht das auch der Telacht, hier in diesen Rühmlichkeiten, wo wir nun sehen, die Telkammer. Ja. Und in Telacht, was bedeutet das Wort? Ja, Tel, das ist eigentlich ein Urwort für Deel, an Deel. Ja. Und Acht, in das Wort Acht, da kommt das Wort auch hier mit Seelacht, also die Entwässerungsverwand, und die Acht, auch Pfeffer, hat also mit den Telacht nichts zu tun. Nee. Nee, das ist also ein Seelschaub auf genossenschaftliche Grundlage. Richtig, ja. Ja. Das ist die Grundlage dafür. Ja. Ja. Ja, wenigstens in den Gebäuden, Herr Kappen. Ja, wo muss er denn hingenommen werden? In Berthilion. Ja. Nennst du ja noch ein Ferendadig. Nennst du noch ein Ferendadig? Ja. 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 Und sie sind ja nicht mehr Boer, aber Hörförfern sind Boeren, was? Ja, mich Hörforn werden Boeren. Also, das kann man so sagen, ich habe meinen Stammbaum zurück mit 1200. Ja. Ja. Und werden auch losfräsen, auch Boeren. Ja. Aber da werden auch natürlich die Hauberlinge, also die Häuptlinge, was ich nenne, von Tom Broeck und Oedinger und Atenas, die hören auch Atomischvörfern. Ja. Also, da werden nur kein Reinboeren. Nicht? Aber, aber werden Artenboeren. Ja. Und dadurch, dass sie Boeren besser sind, sind sie auch als Artenboeren in Telacht hinkommen? Nein, das hat damit nichts zu tun. Ja. Ja. Und das ist ein Minderheit, der hier nur noch direkt als Boer ist. So doch bloß. Ja. Ja, das ist nicht mehr so verändern. Das waren ja auch Männer mit der Borderei. Ja, das war ja nicht. Ein paar Groten noch und die anderen sind ja auch weg. Ja, leider, ja. Da hat sich so verändern. Also der Grundlauf ist genossenschaftlich. Und der Grundlauf, dass er überhaupt grün geworden ist. Was sieht da denn achten? Ja, das ist besonders eine Sache. Wir haben ja früher hier in der Nordsee, das sind Helmut verdreht mit den Wikingers, die Normannen oder Nordmänner, die aus Dänemark, Schweden daher kämen. Die haben auch Handel zu treiben. Und in England haben sie zum Beispiel Helmut Siedlung Grün mit der Endung B, Y, B. Das sind auch Gründungen von den Normannen, von den Wikingers. Aber sie werden auch Robes. Die werden immer auf Rheinland, sogar Normandie hat sie dann auch her. Und die haben Köln, die sind mit Rheinhof von Köln Brandstadt. Und die werden also wenig gut lernen. Und ja. Und da haben wir damals mit den Dorn, 804 hatte ich, wir haben ja hier bei Nürn eine große Bucht, die Hegenrieder Bucht. so ein bisschen Dörpiffchen von da auch noch, in der Seele. Und da haben wir noch erst von Nürn, die Bucht, die ging dann, ja, bitte hast du noch da noch hin. Und da haben die damals noch mal angeschmolten, die Polen, ich sehe sie dann in der Winters, in der Heimatländer zurück. Und da meinte sie, hier können sie auch noch ein bisschen Randchen. Richtig, ja. Ne? Dann, wenn die Arme auf Buren, aber ja, die Hallen wird immer mitgefahren. Aber die, die können dir nicht werden, die haben vielleicht einen Spau, auch einen Föhr, und auch kannst du nicht fahren mit anfangen, die werden die gut auslöst. Und nicht zu der Zeit, wie es zwischen Rembertus und Bremen hier bei uns zu Gast. Das nördliche Ostfriesland gehört früher, bis zum Bremen, auch der, bis zum Münster. Und die haben Helmut vollkommen so tot, aus ihnen eigen, ja, sag ich mal, Verteidigung, nicht? Und die werden natürlich gut auslöst. Ja. Aber da wussten die noch nicht. Nein. Und die Nörders, die haben Ortskenntnisse, und da sind damals, so schrieben das die Kartenbocken, noch in der Bremen, da sind 372 Nummern, sagen, da musst du tot kommen werden. Das kann nicht stimmen, da werden die Mannale, die Leute schicken, da passen sie vielleicht 20 Tage nicht auf. Also, das ist ein bisschen hochgreifend. Aber so steht, da kann da auch noch ein Auto leiden, in Bremen Kartenbocken. Ja, da haben die hier, sind die hier ziemlich schraubig weggekommen, die Nummern. Ja. Und das hat dann auch uns nach, zum Beispiel, die Holländer, von dort, die Holländer, die Westfriesen, die haben gesagt, über was die Nörders können, das können wir auch. Wir setzen uns, wir lassen uns dann immer so weg. Und so sagt, kommt dann diese Vorherrschaft von den Normannen zu Ende. Und, ähm, der Grundlauf wäre eigentlich hier, die Schlacht wie Nörern. Das hätte doch Beitrauen, das gingen wir nicht innerhalb von vor Jahren, aber innerhalb von den nächsten 100 Jahren, wäre das dann mehr oder weniger da, mit dem Normannen. Ja. das mag, dass wir sagen, lange vergehen, die Schlacht, die wie Nörern, nur denn die oder nur die, die aus Nörern ja früher hätten die. Aber, die damaligen Landesherren, die wären so blöd, dass die nur das hier mal was bewegt haben, Bremen, wenn die wir weg. Und, da hat man dann damals, äh, fast gelernt, dass die Bucht nutzt worden kann. Ja. Nun, äh, das ja auch auf Schwärmland. Ja, ja, dass wir, auf Schwärmland, wäre das nicht, dass wir, immer ohne Warte. Ja. Aber die kann, die ran. Ja. Anschließend kommt ja die Gäste, die hoge Däle, von, ähm, von uns aus Russland. Und, da wären die Lüge auch, wo sie leben, denn, das ging ja nicht anders. Denn, das Marschland, das wäre schon, ja, wenn wir mal ohne Warte wären, mit den Schornsturm, so wären. Ja. Und, dann hätte das, äh, haben die damals bestimmt, die Rannen, da von der Bucht, die werden ja, so ein bisschen verladen. Die Bucht, würden sie ja nicht, anders haben die, normalerweise, ja nicht, und die haben damals, sag ich so, das, das ist Strieb, von der, wir sollten weiden, das kennen wir ja immer noch, was dick ist. Ja. Das sollen die Nörders, äh, zu Nutz kriegen, als Almende, als man das so sagt, also, wie, wie jede Dörf, wie so eine Wahrheit, oder so, wo die, irgendwie, haben die, sag ich mal so, Herr Schaub, oder Herr Kau, oder was auch immer, Weidenladen kommt, ohne Gätten. Ja. Und, äh, und, äh, da bin ich hier nun hin, da kann ich hier bitte noch da rum ran haust, diese Bucht. Ja. Und, um das da noch gerecht zu verdienen, hat man damals, so wie, wie gründe Telacht. Telacht ist eigentlich die älteste Genossenschaft der Welt, die man, und auch, wenn wir verdauern, ja, verdauern, noch immer noch bestanden, ja. Und, äh, die Genossenschaften verdauern uns, die Genossenschaften, die nehmen uns auch immer hier als Vorbild, als älteste Genossenschaft der Welt. Ja. Das ist auch kein Werk, was nur auch 1100 Jahre besteht, Wittwand auch. nur uns, welches Schaub gibt es auch kein, Religion ist ja nur Unnamen, aber, äh, gibt es eigentlich kein, äh, Gesellschaub oder so, die olle ist, als wie. Die Wittwand auch gestanden hat, das ist ja das Besondere. Ja. Und da hat man diese Striebe dort, in diese Bucht, die hat man da in acht Bezirken. Ja. Damit das irgendwie auch, damit geht es schon in Recht zu finden. Und, äh, das hat aber mit das Hotel 8 nichts zu tun. Das 8, habe ich hier im Fernseher, das beschrieben, hier den Menschengruppen. Ja. Und, äh, und, äh, da kommt dann der Löwe, äh, wein. Und, verlangen die immer ein bisschen mehr, da kommt das dann, so in 1100, 2400, mit den ersten Dickboden. Und, äh, da haben wir damals dann, äh, natürlich auch, da kommt man dann, da hält die, wie Indien, hält die, bohren den Nutz, da können wir dann auch einen Platz bauen. Ja. Und, äh, da hat man dann so, in, der 1, 20. Jahrhundert, hat man dann anfangen, diese, Flächen, zu verpachten. Mhm. Ja. Also, da hat die, die Fürst damals, auch die Häuptlinge, haben die nicht ihre Hand ophalten und haben gesagt, das ist uns. Sondern, das bleibt die, die die Genossenschaft nicht hat. Ja, das wird damals, so beschlossen. Und, äh, die Täler verwaltet das, auch keine Ahnungsswirke. Ja. Und, äh, da hat man dann sicht, so, nun, wenn die da ihren Platz bauen, den wir ja auch landen, in Nabiskopem, der muss die da für Höhe betalten. Da wird das ja kein Allmende mehr, so was das eigentlich durch wird, von Anfang an. Und, ähm, da ist das dann zu Innamen gekommen. Und das wurde dann wieder verdäht an die Anhaltsberechtigten. Ja. Ne? Und das wurde dann auch an die Acht Parten blickmäßig verdäht. Ja, Das wurde dann auch an die Acht Parten blickmäßig verdäht. Ja, das, ähm, das, ähm, wird dann mal so, auch von da auf noch, jede von die Acht Teilen hätte einen anderen Inkommen. Ja. Und, äh, und, äh, und, äh, und, äh, und, äh, ja, ein Hellbild, äh, Geld nun nicht mehr kriegen. Wir kriegen noch knapp 500 Euro, als Pachtgeld. Insgesamt? Insgesamt, ja, das, ja, sind ja nicht mehr so verstört. Ja, ja, das, äh, hätte ja so einen hellen Verlob, anderen Verlob genommen. Ja. Denn, äh, die, äh, diese, äh, ja, kann man fast so sagen, diese Erbpachten, das wäre, äh, eigentlich ein wunderbarer Sorg, aber, die, äh, die Platzen, die bleiben hier eigentlich auf Generationen in Familie. Ja. Und hier gerade auch bei uns in Ostfries, auch nicht dort hier, gibt das ein Hellbild Dauerlasten. In, äh, ja, ländlichen Bereichen, den Buur, an Fürst, an Kack, irgendwas aufgeben. Da hab ich ja noch keinen Steuern in dem Sinne. Ja, einen Steuern, da werden sie so dauern lassen. Ja. Wir müssen, ich sag mal, einen Sackhaufen, auch einen Halschwen, muss jeder Jahr an Kack oder an Fürst und so wieder aufgeben wollen. Und das hat so, 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 so weit, äh, 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 1850. Da haben die, damals, die erzählen hier, haben sie, wir müssen diese Leute, die belastet sind. Ja. Auch eine Chance geben, dass sie das auflösen können. Ja. Und, in diesem Port Dauern lassen, hat man dann auch die Abgabe, die Pacht an Telak mit Rindschmelken, weil das, ja, da ist auch, weiß ich, 100 oder 200 Jahre immer in Familie bleiben. Ja. Weil ihr auch mehr oder minder Dauern lassen. das. Und das haben dann Helmböld, äh, äh, Buhren, auch, oder, besetzt es, wenn ihr nicht bloß, ein Buhren, wenn ihr auch, sieht, dass dort, wo ihr immer, wo ihr immer mehr entdeckt. Ja. Und das haben damals ein Helmböld vorgenommen. Vor allen Dingen in der Tiet, 1900, 1910, 1910, damals ging der Buhren nicht ganz gut. Und das haben damals dann, auflöst. Das ist von da auch nur ein Buhren grundbuchlich, innen dran. Stellt so, als Ortschieb-Take, man twitscht da in Grundbuch. Ja. Was die Leute beteilten. Und da ist, ist irgendwie, der brug noch bloß 38 Cent beteilten. Ach. Da ist ein Stück gelandet. Ja, das ist, denkt ihr, nach den Fähren, da habe ich fast schreiben worden, diese Sätze. Und, äh, das wäre hier so ein Ort abgepacht. Ja. So ein Ort. Und das, äh, wo wir denn noch kriegen, soll das eigentlich abhören. Von da auch ist, das Gifte, die immer noch abfachten. Aber die wollen die nur von da auch, und das Lebenshaltungsindex, wollen die, äh, auch geschlagen. Also da blieb's nicht, früher wäre das, wenn das 100 Mark wäre, dann blieb das eigentlich auch 100 Mark. Ja. Und das ist also von da auch noch nicht mehr. Aber das ist uns nicht mitgelaufen. Also die, du musst, tätig, nicht nur tätig, sag ich mal, insofern beteiligen muss zwei Mark, beteiligen das von da auch auch noch. Also da können wir auch nichts mehr machen. Und das Geld, was nur noch inkommt. Da war keine, da war keine Berücksichtigung der Inflations, äh, Wertveränderung in Geld, wurde da nicht berücksichtigt. Ja, nein, dat, weil das, glaub ich, in Grundbuch in Traum geht. Das wurde denn hier von, was weiß ich, von, 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 von Mark, und so wieder umschreiben, so was das von da auch nur auch ist, von, von dem, wo das, steht da den Euro da drin, da ist ja klar. Aber mit Versäcken braucht man zum Beispiel einen Index. Ja. Und dieser Index war nicht, wie wir mit, Nein, wie uns nicht, nein, das haben wir hier gehört, nach Krieg, haben das Juristen, haben das, äh, versorgt. Ja. Aber da sind wir nicht mehr dort gekommen. Ach. Also, wenn nicht so, nur nicht, da hat ich, ich sag mal, Teilmarkt beteiligen, muss beteiligen, und auch auch Teilmarkt. Ja, ja. Nicht, also, da kann ich nichts machen, und darum, habe ich nun natürlich auch nicht mehr so viel Geld. Aber, nun kommt, hat ja, wir haben damals, wo hier so viel Geld und beteilt, dass, so, 100 Euro, ja, Protokollen, dort, kun, wo, werken, lang sind Gesinde, von Betanern, also, Meiden und Knechten. Ja, ja. Und, äh, ja, nun, mit dieser ganze, äh, Entwertung, und so wieder, von uns, in uns, speziell, da wir, glaube ich, noch 500 Euro kriegen, da kann man natürlich nicht mehr mit rieten. Und, äh, ähm, was da hochkommt, Helmut, ich sag jetzt mal die Dauerlasten, die worden, sind aufgelöst worden, wenn von da auch nur ein Land, ein Platz gehört. Ja. Und sucht dann in die Bogen, ach doch, was ist das denn, Täler, da könnte man sich nicht mit anfangen, ne? Gift alles, nichts. Ne. Und, denn, da können wir auch nichts ermöglichen, denn, wird diese, wird diese, äh, sagt, löscht worden. Ja. Und zwar mit dem 25-fachen Betrag, was einmal in die Orte beteiligt ist. Das wäre so früh mit Naturalgen, also, 1 Sack Haufe, 24 Sack Haufe, Ja. Dann wäre man da von Orten. Das ist da auch gleich, ja. Und wenn ein von der Mark beteiligt, 1 Euro beteiligt, dann beteiligt die 250, und dann waren die Körschen mit eine Tau, ja, die wurden noch verhogen, ja, aber, dann ist das doch Bogenrot, und da können wir auch nichts machen. Ja. Denn, habe ich vielleicht, von 250 Euro, aber, das bringt uns ja nichts wieder. Ne. Ne, und die Bank gibt doch hier nichts. Und, äh, so wurden die, die beteiligen wurden, von immer mehr. Und eines Tages, ja, dann sind wir vielleicht mal mit, dann kriege ich nichts mehr. Da hast du geschaut, werden das Urlauben, die? Ja, da habe ich ja versucht. Ja, doch. Ja, das kommt noch. Ja, können wir auch täglich ansprechen. Äh, diese Sorge, habe ich für Jorden alle. Das eine ist das, das kann vielleicht noch 100 Jahre dauern. Aber, wie gesagt, wenn da auch, wenn da auch, meistens sind solche Urlauben, die hier den Plotzen gucken, Land gucken, und so wieder, und dann, wo wir das hier immer liegen, oder das immer meine. und da habe ich gesagt, wir mussten sehen, dass wir ein eigenes Land kriegen. Ja. Und das ist uns mitgelaufen. In den ähnlichen Jahren, habe ich, wie wir zwei Hektar Land kaufen konnten. Das wäre natürlich nicht so einfach, Land ist auch durch, und wir haben ja nichts aus, aber wir machen ja auch hier Führung, denn wenn, wenn Gäste kommen, und so Gruppen kommen, dass wir dann so ein bisschen auf den Tälern verteilen, und die mussten dann auch ein bisschen beteiligen dafür. Und so haben wir dann ein bisschen auch noch eine Fläche, und haben dann auch, von uns und noch, ein bisschen, und dann, dass wir dann ein bisschen Geld binnenkriegen, damit wir das Land gucken konnten. Ja. Und die mussten wir ja, dem Urlaub, der das gehört hat, den mussten wir ja auch nochmal Pacht beteiligen. Und das ist ja so, das ist auch hier nur nicht wie zwei Hektar, das sind 400 Euro, aber so sind wir, so langsam, weil wir auf Kluppen kommen. Ja, da sind zwei Hektar natürlich ja keine graue Fläche, ne? Nein. Wenn man doch von Urlaub ist, das hat mal ein heilgroht Kontraue, die dort erhöht. Da wären 2,200 Hektar. Ja, genau. Heilfröhe mal, ne? Ja. Ja. Und das, das ist natürlich ein Wertverlust, aber sie haben ja auch mal einen großen Wertverlust, mit der Inflation, ne? Ja. Wo ist das denn auch los? Ja, das ist eigentlich grau aufloben. Und zwar, ich habe hier einmal sehr von den 100,000, mit den 100,000 Teilen, haben Helmböld auflöst. Ja. Diese Dauerlast. Und das Geld, wo das Bank braucht, für die Argo und Säcke. Ja. Wir haben damals, die Teller hat damals 34.000 Goldmark auf die Bank. Sofern? Ja, das wäre ein Bach Geld. Ja. Und da kann man auch gut aufbetalen. Und das, was wir haben, muss ich auch gut aufbetalen, nicht? Und das wäre so, dass das damals dann, äh, mit Loppen, also schlecht mit Loppen müssen, Teil 8, als die Inflation kommen. Ja. Da wären auf der Nacht 35.000 Goldmark weg. Ja. Und, äh, und, äh, uns haben mal Lü, die, 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 die dann haben mit Geld und so wieder erzählt, dass wir damals, noch der Mark, ungefähr, auf die 2 Millionen Mark weg, also du, ich sag mal, jetzt 1 Millionen Euro. Ja. Dann, stehen wir ja gut da. Aber, das Geld wäre weg. Teil 8 hat doch ein paar Jahre, ein bisschen Ruhe hat hier, wir haben hier nichts mehr. Nee. Kunnen wir noch nicht mal Beeren kaufen, und nichts, weh ich kein Geld mehr da, ein Jahr weg. Und da hat er noch, ein bisschen, ein bisschen, dadurch, er hat hier ein bisschen mehr Ruhe erst. Ja. Wenn er nichts, erst nichts mehr verdienen. Ja. Aber wir haben uns noch ein bisschen behämmelt, und, äh, ich denk, so läuft das wieder, weil wir sagten, wenn das nun mal ein, aufbetalt ist, gelöscht ist. Ja. Ja, denn gibt Offiziere keinen Teller mehr. Und wenn wir nur bei Egenland haben. Dann geht das wieder. Dann geht das wieder. Ja. Und das ist das, was uns, also meine Generation jetzt, dann, äh, durch hat. Und das ist auch mitgelaufen. Und mittlerweile, wie wir jetzt anfangen, konnte sie, ja, zwei, 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 drei, wieder, haben wir dann noch mal ein Stück gelangen. nach dem Tod gekriegt. Also, wir haben noch ein bisschen was im Merk zu gründen. Ach, das dumm, ja. 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 Äh, wo kommt man denn dorthin, dass man aufbohrt worden ist? Einfach durch Generationsfolge auf Platz? Und wer hat das Recht, aufbohrt zu werden? Ja, das ist so, das ist damals fast schlecht worden. Und das muss man ja auch mal auch mal bedenken, dass das auf 1000 Jahre Bestand hat, dass nicht nur die, Mannlö, wenn die, Mannlö ja die an der Stadt, wenn die, Mannlö muss nicht von Front, sag ich mal so, äh, die Nutznießer werden. Ja. Von das Land, sondern auch die Jungs. Es geht immer in männlicher Folge wieder. Und, äh, der sagt, wenn irgendwann auch hier arg pur ist. Ja. Weil das immer in direkter männlicherlichkeit wieder geht, da kann man also sagen, dass, äh, ich bin, okay, arg pur, das einfach mit Völkern damals an der Schlacht wie Nörder genommen hat. Ja. Ja. Und, äh, so läuft das wieder. Der jüngste Jung, und das ist ein bisschen, äh, ja, Rohr will ich nicht sagen, wir haben hier in Boderoy das Älteste Recht. Ja. Ja. Nicht, dass der älteste Jung, der Platz... Ist das immer so, erst? Äh, ja, aufweigend. Ja. Aber, was wir hier haben, und, äh, eigentlich gibt es noch in Dittmärchen, in Schleswig-Holstein, die kennen auch das jüngste Recht. Ja. Ja. Das ist halt auch germanisches Agrarrecht. Dass der jüngste Jung, der Platz, ich sag, ich schaue noch mal von Platz, oder auch hier, wie wir uns in den Tät kommen, Ja. Der Anteil, wenn, wenn die Inhaber auf der Läden ist. Ja. Dann kann der jüngste Jung da verinträgen. Ja. Das ist germanisches Agrarrecht. Aber, das kennt man eigentlich so, in Deutschland, ist das älteste Recht mehr. Ja. So, und das jüngste Recht, das war's dann, das, was hier dann auch anwendet wurde. Ja. Konsequent. Ja, konsequent. Das ist damals so beschlossen worden, und das Geld wird verdammt. Aber, was damals beschlossen ist, das hat du, ja, bestand. Also. Und das ist mal urarbeitet worden, juristisch auch bearbeitet worden, und das ist lauter auch hier nochmal, in, juristisch verfordert, in Speyer. Ja. Äh, nochmal bestätigt worden, ne? Ja, das wär, eigentlich, natürlich Glück für uns, denn, damals, hätt, äh, 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 getrunken, und, äh, da ging aber nicht. Und, da ist es damals noch speier gegangen. Da war damals das Hochste Gericht in Deutschland. Und damals werden wir den Teil auch verpflichtet, all das, was wir lange hier immer mündlich wieder gehen, abzuschreiben. Die originalen, die hab ich nicht mehr. Ob die noch irgendwo liegen vielleicht, wir vermogen hier immer noch, weil früher ja auch die Mönche, die Papier nachschreiben haben und so wieder, da hat er vielleicht noch was im Vatikan liegt, aber da kommt man hier so nicht rein. Nein, also da hört er was drauf an. Aber das wissen wir nicht. Das Original, das gibt's nicht mehr. Aber da, na, das Original, es sind ja die zum Teil nur das 59 Baukruth kam, das Just Telachtikum, das rechte Telacht. Und da betreten wir uns von da natürlich auch noch ab, aber die alle Jahrhunderten vor dem ist das Problem mündlich wiedergeben worden. Ja. Das kann natürlich auch mal werden, dass da vielleicht mal ein bisschen was drauslopend ist, das wissen wir natürlich nicht. Aber wir betreten uns auf das, was wir noch vorliegen haben, als gedruckt, und danach handeln wir von da und nach. Ja. 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 Und wenn denn eine tatsächliche Woche Blutwichter haben, wo liegt das denn? Ja, das hätte man doch mal so geladen betrachtet. Ja, va? Ja, das wäre ja auch so. Wenn, früher geht es auch, wenn man das so nachlässig sagt, was hier in Österreichsland, da wäre ja stadig ein gang einer an, von der Hauptlinge und so weiter. Das wäre ja schlimm, was da gebürt ist bei uns in Österreichsland. Ja, aber hier bei uns ist das einfach toll, also hier auch mit Daten und das alles. Ja. Ja. Wie haben wir nun das Prisian-Analys, das ist auf dem Zeitpunkt in Deutsch und da kann man nachlesen, wel an, wel, 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 das kommt hin und her. Und das wäre ja so, und wenn ich, ich sage mal, kriege, dann muss es nicht machen wie ein Freund. Ja. Und da hat man gesagt, und gibt es natürlich auch hier Familien, wo Verpflichtet sind. Ja. Und das hat man auch damals aber dort, wenn da noch keine Jungen sind, können die Blut eheliche Kinder haben. Also keine unähelichen Kinder, keine Adoptäten, die können das auch nicht ansetzen. Die sind von Föhnern im Schluck. Die sind von Föhnern, ja von Föhnern. Nur eheliche, so hat er dann benutzt. Gesetzbogen, Justilachtikum. Ja. Und eh, denn, wie hier, wenn wir hier binnenkamen, hier wird ja das Geld dann aufbetalt. Ja. Was jede Toastzeit. Hierdurch wird mannlieren. Ja. Das wird dann wohl mal, ja, wird schon mal so ein bisschen schief ansehen. Aber ist nun mal so, dass wir für du, ja, also, und wir holen uns doch von da auch noch dran. Die Gleichberechtigung ist hier noch nicht durchdringen. Ja, da kann man auch nicht so heil sehen. Wir haben, denke ich noch nicht, 64, da war so dumm was losging mit Gleichberechtigung und mit all diese Sachen. Ja. 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 Ja, wenn ich hier nicht nur so mal so Vorträge holen da und so wieder mache, das hatte ich auch erlaufe 50 Jahre. Dann, wenn dann auch mal frohli hier sind, wenn wir, das ist jetzt den bluten Vertrag hier, dann wird natürlich froh uns hier drin. Ja. Das ist ja klar. Wenn ich dann vertelle, ja, ein Uptnam, Gifstadt, oh, dann kicken sie alle. Ja. Oh. Oh, hei. Und das ist ja ins Spiel liegt der Maul. Ja. Wenn hier schon mal fahren muss. Ja. Und dann habe ich natürlich was er, dann habe ich und den hier. Nein, aber wir haben doch... Auf der Franks-OP, ja. 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 Nein, aber damals habe ich dann also beschlossen, wir wollten mit Tiet gehen. Tälach ist immer mit Tiet gegangen. Wir haben so viele Schlechttiden hier, auch in Tälach. Und man muss immer sehr viel anpassen. Und da habe ich gesagt, wir wollten auch nur mit Tiet gehen. Ja. Und wenn wir hier anfangen, wenn wir uns Uttgau haben, wir haben hier praktisch vier Uttgau, zwei Mal für Weihnachten, zwei Mal für Ostern, dann fangen wir am vierten Uhr an. Ja. Aber dann sind eigentlich bloß die Bossen hier, die Tälachters, die das, ja, die Förstern so, wenn man so will. Und da habe ich gesagt, die meisten kommen immer erst um 1.5 Uhr. In Ostfraesern, dann fangen wir an. In Ostfraesern, dann fangen wir an. Und auch die, wie hier so haben, die anderen haben. Ostfraesern waren noch ja, ruflich alt. Ja. Die sind da halt so ab 60 mit 90, so in der Olle. Und die machen erstmal mit der Stirn und dann trinken sie Tee und dann hat sie gesagt, Tee lacht dann. Und da habe ich gesagt, da ging es um die Frau, wenn Blutwichte da sind, dann kann ein Wicht, die eine Tochter ist, die kann dann hierher kommen und hat Geld selbst bekommen. Alles, was sie früher, ein Mann-Mensch mit einem Schriftstück, die hier dann her kommen kann. Und dann habe ich das in Klammert, bitte Tee-Tee. Und auch hier bei uns gibt es nur Tee. Normalerweise trinken wir hier Blutwege. Aber dann gibt es Blut, aber für die Tee lacht das Tee. Und das ist dann auch gebührt. Wir haben zwei, alle die Frauen, die kommen hierher und haben dann Geld, wollen sie nicht haben. Die werden so ein bisschen Anforschung betrieben, die. Und uns unterlagen, uns Boten, die wir so haben, wo auch der Name drin stand, die haben wir bis 1620 zurück. Habe ich auch noch. Ja. Und die retten dann auch vor dem an und sagen, wenn wir hierher kommen, und dann habe ich da ein bisschen Rutsucht und so wieder. Ja, wenn sie in Kartenbocken nicht wieder kommen, dann meinen sie, dass sie auf diese Teilbocken ein bisschen wieder kommen. Und das wird die Hauptanliegen, die haben nie Geld gehört. Aber die kommen dann her. Aber die Tee, die sind auch noch lange auf dem Leiden, ist doch noch nichts wert. Ja. Ja. Und wenn sie heiraten, dann kann der Mann hierher kommen und für seine Frau das Geld büren. Ja. Das ist aber kein Abbau, der hat nämlich den Pelzbau. Ja. 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 Ja, Pelzbau, ja. So gilt Rufwerk kameratisierung. Und dann hält er doch Platt auf Pelzen. Und darum hat der Mann, der für seine Frau das Geld wird, Pelzbueher. Ja. Wenn Odysse, die Mensch kommt, wenn Jung aufsteht, dann kann der wer auf Grotvaters Namen, den muss aber antasten. Der muss dann also einen Antrag stellen, dass er den Grotvater abnehmen will. Und der kann der wer aufbohren werden. Das hat man ja alles für 1000 Jahre, das soll man ja nicht lösen, dass er das so lange auf den Staunen hat. Und das Recht wird immer noch konsequenter. Ja, da handeln wir immer noch um. Ja, wir sind auch verpflichtet. Wir haben hier auch keinen, was das auf Hochtüch plappert ist im Moment nicht, so ein Laptop oder so auf Hochtüch. Ja, genau. Ja, das habe ich nicht. Wir haben hier noch uns Bogen, wo alle die Namen stehen. Und das war ein Bogen so. Ja. Ein paar Hände. Vor allem mit Schweren. Mit Ernket und mit, ja, wo das Pogen auch löst, hier, wo das dann schreiben. Ja. Ja. Ja, sie haben hier auch in den Hosen gewisse Hierarchie. Wo sie sind, wo sie sind, wo sie sind. Ja. Und hier beteiligen sie Syndikus. Ja, das ist richtig. Und hier an dieser Taube sind dann die anderen Herden. Das sind dann die acht Bogen, ne? Ja. Was sind dann an der anderen Taube? Ja, wir haben hier von Grund her, gibt es bloß acht Bogen. Ja. Aber wir haben hier sehr schlechte Taten gehabt. Also nicht bloß diese Taten, aber das wäre die Hauptursache. Bei uns gibt es auch Kopfbogen. Ja. Die haben wir so einen anderen gekauft. Und die meisten Kopfbogen sind entstanden. Und dadurch auch den Krieg. Da waren die Mannsfelder Truppen hier, die haben die Elendarbeit aus Deutschland gebracht. Ja. Und die haben die Bogen drunter liegen. Und damals haben einige, die in der Not, und auch in der Not-Tien-Gefirmen, die auch Fähren antworten haben, sag ich mal so, die praktisch für Andeel, für Aaf-Andeel, als Pfand in das Thema. Ja. 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 Und wenn sie hier bin dann hier sitzen, dann haben sie auch hier strikte Begebenheiten, so was das von uns her West ist. Sie sitzen hier wie ausschließlich wie Petroleumlampen. Ja. Wir haben auch Petroleumlampen und Ketten. Und sie haben Kissen ab Taubel. Kelle? Sie haben Kissen ab Taubel. Ja. Ja. Das hört sich an die Taubel. Das ist also heikommodig hier, wenn wir hier sitzen. Ja. Ja. Und dann haben sie auch hier Pippen. Ja. Die da an Wand hängen. Ja. 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 gegangen hat und so wieder, kannst du mir ja mit dem Piep bringen. Dann krieg ich den Piep und dann hab ich uns Tobak, trug mal auch einen besondersten Tobak hin, nicht den auch in den Piepen klein sein. Ja, so läuft das hier auch. Ja, und dann haben sie ja auch ein besonderes Getränk hier, nicht? Ja, aber das besonderes. Ja, B. Ja, hier trinken wir ja. Ja, hier war es noch B getrunken und das hat auch die Tradition. Denn wir haben hier in Ostfriesland früher, heftig war, dabei pfitt war und das kannst du so nicht trinken. Und ja, das, was zum Bier machen gehört, das war es hier ein Jahr, ein Jahr, dann wird das, vor drei. Und in Ostfriesland wurde Blut immer früher Bier getrunken, weil man das so ein bisschen voll vertragen konnte, wie pfitt war. Und das war natürlich heutzutage. Wir haben hier nur in so einem Strat hier im Altmarkt oder so, die braten, die meisten braten so kein Bier selbst. Ja. Da werden wir natürlich nicht so ein Bier als das, wie das nur von da auch kennen will, weil ich bin. Ja. Und schriebe, die hätte man 1500 Tantiker rum, hätte auf Ostfriesland schreiben. Und da die schreiben dann, in Ostfriesland sind die Frauen alle sehr schön, aber alle dem Trunke ergeben. Ja, das wäre eben so, das wäre ja nur nicht so, so, dass man die Dung von wo, dass man sowieso was im Leben haben muss. Ja. Und als Tee dann aufkwängt, da war das anders. Ja. Da. Ja, das Bär, das hör je mit den Grundnahrungsmitteln. Ja, das wäre Grundnahrungsmitteln, genau. Das wäre also nicht, dass man da so die Dung von machen wollte, sondern einfach, das hörde man da. Ja. Weil das einfach anders nicht ging. Wenn man reichen wollte, ha, dann haben wir hier ein bisschen, aber das lebt auch hier in Tee. Ja. Und da wäre die Idee, wie es geklärt mit Tee. Ja. Und da wäre gebrochen worden. Ja, klar. Kannst du sowieso bloß trinken, wenn das gekocht wird. Ja, aber ja. Und nu habe ich, äh, habe ich dann auch immer noch gehabt, dass wir eine Broterei haben. Wir haben früher auch kein Broterei. Ja. Die hätten uns immer in das Bär noch nicht ohrwärmst Brot. Ja. Aber die Broterei gibt es doch ja, also wir teinten nicht mehr. Und nu ist irgendwie dann umsteigend oben Bär, was man auch so in den Laden gucken kann. Und äh, dort schmeckt uns, hey Gott, wir hätten auch ein bisschen mehr vor Ort. Ein bisschen, ein paar mehr Patienten hin. Ja. Nicht, insofern ist das... Umdrehungen, sagt man. Ja, Umdrehungen, sagt man. Ja, genau. Ja, genau. Und äh, das war dann das Holtenbäckes, der auch auf dem Rack hier doch stand, äh, ausgehängt. Aber das sind nicht jede, für jede... Nein doch, nein, die hat, das sind halt normalbäckes, die. Die waren bewuschen. Die waren bewuschen und... Die waren da, ja, natürlich. Die waren bewuschen. Ja. Ja. Und das Bär wurde dann auch in Pfad anliefert. Ja. Ja. Wir haben da ja oben, äh, so'n Anlauch und dat... Läckt also hin als normalbäckes denn. Ja. Und dann kommt dat in dat tinnenkrogen. Und dat tinnenkrogen. Ja. Die stand denn hier für dat Herd für. Oh ja. Dat Herd für brand den hier. Und dat is dat Bär... Bichtje mehr. Bichtje mehr anwarnt. Ja. Ja. Dann hätt dat auch dann ja noch... Bichtje mehr Pfad, wär. Und bichtje mehr Aroma. Ja. 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 So war dat... So galt dat hier auch. Also andere Worte und sowas, also wat, und was da so gibt, dat hab ich hier nicht. Wir haben Blubbäck. Ja. 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 Und dat holen die so, nie so is von Teikel, sondern der Herr Bär, der hier brennt da, ne? Ja, wir haben Teel baut. Also Teel baut, als man noch auf die Druck seh. Ja. Die muss hier die Versorgung, dat Bär da is, dat Herd für immer in Togang is. Und die galt damit, wie lang. Ja. Und den schenk ich mir. Oh. Warte immer, wenn auch schenk. Ja. Ne? Und wenn ich nicht mehr will, dann halt die Hand drauf. Ja. Und da is auch immer die Dürwig-Person? Ja. Die wird endlich... Leimstied, kann man wohl sagen, weil... Mhm. Wir haben die letzte Teel baut, die wir haben, die wir haben 45 Jahre bei uns. Und die Vorgänge auch so lang, die is auch ewig Jahre in Dorfes. Und dann startet plötzlich da für den hellenkompletten Kerl. Was da denn, auch ein Arschbo? Auch was da... Nein, nichts. Nein, das ist normal. Normal. Der hat mit Teel auch nichts gedacht. Nichts verdammt. Der muss das bloß am Willen und Können. Ja. Da hat er dann auch... Er kriegt das ja nicht gerade bezahlt. Nichts. Aber... Da geht er doch nicht um. Das ist so ein Ehrenamt. Ja. Und da hab ich den Tüchen in, als die... Mal plötzlich gestorben, die ich nicht ver- und gau. Ja, da hab ich Teelachtes dann so ein bisschen mit- und holt mir erstmal. Ja. Und dann hab ich ein bisschen Aubegangslösung, aber das wird dann doch nicht so richtig... Ja. Und dann hab ich einen hellenkompletten Kerl, der da also wunderbar auf dem Steirherd hier. Und der ist also begeistert von den Teelacht. Und der hat auch so eine Hausmaesterfunktion hier? Ja, nein. Wir haben... Da hab ich ja immer mal gesagt, wenn jemand hier mal schon mal gewonnen muss. Ja. Nee, und dann haben wir eine Frau, die hat das... Die Eulen haben das nicht mehr gemerkt. Und die Frau, die hat nun... Es war schon... Drei... Ja, drei oder vier Jahre. Ist sie leider ein bisschen erkrankt. Und dann können sie das nicht mehr, wollen sie das nicht mehr. Und nun macht die Frau, dass die uns Teel baut, die macht hier noch schon. Ach so. Also wenn... Eigentlich nicht fehlt. Das ist, wenn wir einen Urlaub haben. Ja. Oder wenn wir mal Lü hier zur Gang, zur Visite haben. Ja. Dann wird natürlich einmal ein bisschen aufgeschriert worden, nicht? Aber das sorgt doch wieder für das Geschirr schon ab. Nein, das macht nicht halt was. Ja, wenn wir abends dann da haben, wenn wir mit uns da sind, dann fangen wir mal... Ja. Ich weiß nicht alle, aber eigentlich dann... Ich bin dann in der Ferien und so wieder. Und dann ist sie da... Und ich glaube, wir machen... Ja. Also das Grobste, wenn ich... Und anders kommt ihr dann das Dach und machen da schieren, nicht? Ja. 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 Und sie haben hier auch ja einen besonderen Person in Uniform gesetzt, nicht? Ja. Wir haben eine Stadt drin, wie man ja früher sagt. Ja. Die haben hier, früher, da war ein... Heile Oltiden, halt. Wenn wir hier Urlaub haben, dann kommen hier die... Ich sag mal, die rieke Burren hier her. Und wir haben hier einen extra Eingang hier, die Tourndeuren. Und da kamen die Leute dann rein und dann hat man ja überall die Leute im Mörgensaal, wenn sie so Mühe an Tötchen sind. Und hab ich von da auch noch. Ja, ja, ja. Und wir haben ja noch keine Brüse. Wir haben ja gerade eine Firma hier in Nordkorn. Ja. Die blockieren dann den Ingang und dann wollen sie in Daulehem oder so weiter. Und die haben auch versucht, hier hinzukommen. Ach. Weil es hier freiwillig ist. Ja. Und da war dann die Stadt, da für da, da hat er auch noch gesorgt. Aber auch hier hinzukommen. Von da auch, ja, eigentlich müssen sie dann ein bisschen aufhalten, wenn sie dann nochmal mit dem Auto hier sind oder so. Weil die ja auch, wo die, ja, von Aufer-Aal herkommen, nicht? Ja. Ja. Und dann, äh, gibt das hier auch, wenn Geneve ins Spiel ist, auch mal Streit. Ja. Und früher können sie auch mit Handstock. Ja. Und wo kommt der Handstock her, einmal was leihen. Ja. Und den hat doch wohl mal gesteilt, gell? Ja. Und den hat Rupp, ja. Und allen Wort hier, oder Spreikwort kann man da fast sagen, Stock wie Dörr. Ja. Ja. Wir haben hier, da haben die, uns, äh, in Gangstör, haben wir hier so ein Lötchen, äh, Nische. Ja. Und da stand, da muss der Handstock aufgeben wollen. Gek den Hammer, da denke ich, haben wir nicht in Hand. Gefängst. Ja, da wäre ja alle gut. Das ist nicht so hart, ne. Ja, nein. Und den Wortstock wie Dörr hat sie in Ostrung hier in der Teekammer. Ja. Und das wäre dann die Aufgabe von der Teekammer. Ja. Und hier uns die Polizei hier in Nürn, die machen immer noch diese Tradition mit. Die stellen dann einen auf, wenn nicht irgendwo ein Grohl, äh, 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 Hebel, Demonstrationen wirft, ja. Und der hat dann hier, weißt du, und der Thomas mit dem Atomtransporter und so wieder, Ja. Und der hat dann auch, hey, der hatte keinen Weg. Aber wir haben einen, Koppur, der war auch mit der Polizei. Und der hält uns dann auch, der kommt dann noch in Oral-Uniform mit Schakow ab. Und, äh, sieht dort direkt, und dann hört, er hat das auch, heint auch. Ja. Und wenn dann mal ein, wir haben nun einen Polizisten, der ist auch immer, hey, begeistert, der kommt und auch meistens sind, der hat auch so ein bisschen Pitschgenheims, dann regelt da. Und, äh, der steht dann auch mal oben und der sagt, da ist auch ein zweimittel Kerl und der sagt, so, und nun nicht mehr so laut. Oh. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Also hier geht das nun nicht so. Ich muss auch hier mal was zu sehen. Ja, so. Die Menschen brauchen das dann nicht. Aber dann, hab ich dann noch mal wieder was zu lernen, nicht? Oder wenn ein, vielleicht kommt ja auch noch, wo man den mit Stockmitnahmen hat oder so wieder, dann geht der Druck da. Oh. Ja. Ja, aber das ist alles. Ich kann hier so komodisch tun, das ist also wunderbar. Aber die Öhnung besteht und die Öhnung wird auch aufrecht. Ja. Ja, so ist das. Ja, und sie haben dann auch den Kamin an, nicht? Herdfuß an, ja. Herdfuhr? Ja. Haben sie an und dann herdfuhr wird bloß die Türf beheizt. Ja, aufbewägend. Ja. Das ist so, wir kriegen ja kein Türf mehr. Nee. Hier in Nürn. Äh, das ist ja, das ist eigentlich für mich. Früher habe ich hier, was weiß ich, viel mit Kaulen und, 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 und. Ja, Handeln denen, ja. Ja. Ist ja auch immer der Zölfige mit, mit, äh, Brekert und andere Art Handeln denen. Ja. Die haben auch hier natürlich Türf. Ja. Aber das ist nun nicht mehr so. Und dann habe ich einen Abbau, den brauchen wir immer noch mit von dem Moor. Mhm. Habe ich auch nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Die Leitung nicht mehr. Und nun habe ich die Hengbach Türf gekriegen, als das hier auch renoviert worden ist. Hier im T-Museum ist ja hell und da in der Nähe aufgestellt worden, für Jahre. Ja. Und früher haben wir in die Däck Tür. Ja. Als Dämmung. Oh, als Dämmung. Ja. Ja. Und, äh, diese Stücken, die stammen dort, die sind ein paar hundert Jahre alt. Ja. Und diese Dämmung, als das da vorne, also, bevor sie am Dörgern sind, äh, da wird eine Dämmung, da wird so hoch mit Tür, als Dämmung. Ja. Und das, das ist die Dämmung, die, äh, die, äh, Türschendeck ist alle auch reiten worden. Und zumal habe ich einen Hengen Container von Türf hier. Ja. Und das hat dann uns selber gebogen und, äh, äh, er hat dann noch ein bisschen geachtet hoch gestapelt. Und da ist so eine wunderbare Tür. Und da war es auch gestürmt ein Türf. Ja, ja, das war ein Stück. Ja, ja, das war ein Stück. Kiengruß. So, als das ist ein Dämmung in der Tür. Nicht Kiengruß. Ja, ja, Gruß wird, könnte natürlich auch ein bisschen von da. Ja, aber man konnte ja Türf mal nehmen. Ja, Türf, nein, 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 das war ein richtig Türfstürf. Und, äh, so ein bisschen Türf, du kannst du wohl nicht mit Däut haben. So hart ist der Türf. Ja. Und, äh, das habe ich früher hier auch. Hier ist das auch mal zwischen dich was. Ja. Und, äh, das ist dann, äh, habe ich damals auch, die Türf habe ich damals auch gebogen. Naja, aber das ist halt, wenn da ich auch was. Ja. Und, äh, ja. Und, äh, ja. Und, äh, nun wurde das da an dem Boot, für den Ingangsdorf vom Türf Museum. Und, äh, das habe ich dann gekriegen. Und, das wurde verbrannt. Aber, da war ich nur hier auch mal vorsichtig damit umgegangen. Weil Türf gibt es ja auch nicht mehr. Nee, das, der muss ja auch nicht fein zerren, ne? Verliebt? Der muss ja auch nicht fein zerren. Der Gift hier noch. Ja, Gift, aber ich wollte auch gar nicht mehr. Der sei ja nicht mehr so verlobt worden, ne? Das ist auch gar nicht so. Ja, man, man, man kann ja nur, wie wir, was, ne, Toe, für den ersten oder so. Aber, ja, das ist auch gut steig. Aber wir haben dann auch, weil, Brandholt oder so, fahrt hier immer irgendwas an. Und dann, ich habe Toes auch ein bisschen, äh, hört höher. Ja. Und, äh, Türf, wenn das brennt, da, das hat halt eine Klör. Besonders ein Klör. Und, äh, also, ich finde, also, Töf, 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 äh, wenn das verbrannt hat, so schmierer aus als mit heute. Und, äh, also, kein weißer Aroma, ne? Ja, das auch noch, um, wie wir, ne? Aber, ja, und, äh, machen wir hier, ne? Die Träckte, also, hier, die Träckte, also, ziemlich Arot. Ja, ja, also, das war, aber dann kommt auch tot anböten, dann war auch, doch, doch, wir haben, ja. Ja, wir haben, ja. Ja, wir haben, ja. Ja, und, äh, 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 ja. Ja. Genau, ja, das heißt, das, äh,, als Kind ist, äh, juristisch Result und angenehmt, aus in dem Key du in L kir sozial kommunizieren users. in de Haare tie túr,de, als du,? Ja, als Kind geliyoruz. Das ist, äh, ja. Äh, das, das, äh, glaube ich, äh, der, ä Äth, äh, äh, der, äh, am, äh, ähm, erzählten, äh, äh, der Ads und äh, äh, wenn, äh, der gerade ist, äh, der Dem道, ähm, ähm, äh, der, äh, ähm, äh, der, äh, äh, ähm, ähmet und, äh. ein paar Lüder sind, dann wird es aufgekloppt. Auch wenn wir bloß hier einen Mannlüsen sind, ist das aber doch immer ziemlich gut. Die Frau Lüderbücher hat ja auch. Ja, das verteile ich auch immer, wenn ich Frau Lüderbücher habe und so weiter. Dann kriege ich meine Situation alleine auf. Aber wie gesagt, das macht uns auch Spaß hier. Also, das ist nicht so ernsthaft. Aber dann, wenn man an einem Klotchen ist, kloppt er ein Glas oder hat er so ein Lötchen Pingel, das habe ich auch nicht. Und dann habe ich hier ein Lötchen Kloppen und dann hau ich dreimal mit Kloppen auf die Tafel, mit Ingang. Und dann ist hier ruhig. Und dann ist hier ruhig. Und wenn dann jemand meint, er muss noch ein paar Wurzeln sehen, dann kriegt er da wenig mit auf. Ja, nicht mit Klöppel. So ruhig soll ich hier nicht. Aber mit Wurzeln. Und das ist ja so, wenn wir hochdurchsagen, halt die Schnauze, halt die Fresse. Das klingt ein bisschen grob. Aber was heißt er da platt? Halt Muss los. Halt Muss los. Halt Muss los. Fiecht, das heißt so Chipiano. Ja. Und dann ist hier ruhig und dann gibt er einem das bekannt. die Bocken sind offen oder was dann am Antusiergen ist, nicht? Oder wenn es dann um Sersür geht, oder Sersür wurden die Bocken geschlagen, dann gibt es also kein Geld mehr. Und das wurde dann also um Vieh ansetzt, wer noch Geld zu bürgen hat, dann möchte ich die Tafel kommen und um Hausjahrs noch mal. Und um Sers wollen die Bocken nicht mehr machen, dann gibt es nichts mehr. Und wenn Sie was abgeschrieben haben, das kann ich ja nicht mit einem Kugelschiebe, auch mit einem Päntchen, da haben Sie was anderes gehört, nicht? Ja, so als das früher war, so als wir das ja auch noch in der Schule lernen, mit Enkelt. Ja. Und mit, aber was hier nur so steht, das ist nur so ein bisschen für Wies. Ja. Wir haben von da auch so, da sind wir mitgegangen. Mit den Dingen kann man auch noch schreiben. Ja. Da ist so ein Päntchen in. Oh ja, oh ja. Aber das ist ja nicht mehr so, was das früher wäre. Also die sind nicht mehr zu gegangen. Und hier habe ich was Enkelt in ist und hier, wo ihr dann mit Sand so ein bisschen schreibt. Und das ist so. Ja, wir haben ja auch hier noch so ein Päntchen. Aber das ist die Tinsen für mich. Nein, das habe ich nur noch so, wie mit Tietgang. Ja, doch. Ja. Ja. Ja, das ist alles auch so eine kleine Reihe hier. Ja. Also so ein bisschen, was ist denn doch modernisiert worden, wenn ich so will. Ja, das hört man so. Und das graue Bauch, was Sie da liegen haben, dort wird in Abschreiben, auf Stein in Abschreiben, wer was Geld zu kriegen hat. Ja. Und wer was aufgetaucht kriegen hat. Ja. Wenn du eigentlich meinst, dass er Geld zu bürgen hat, dann muss er getaucht bekommen. Also hier. Ja. Und dann muss er weiß, dass er einen Namen sehen, auch wenn wir ihn gut kennen. Ja. Ja. Das ist alles auch auf der Leibheit. Ja. Und dann sind hier vorne, wo wir nun hier sind, die Teilachters. Wir sind Fähe, Mann, die hier als Teilachters sind. Das ist, ja, man kann so sagen, das ist der Verstand. Also das Sägen haben. Und die die Böken füllen. Und dann habe ich hier uns, das war auf MA noch per Hand, das hier wird MA so schreiben. All vier Jahre wollen diese Böken nicht schreiben. Ja. Ja. Und dann haben wir alle vier Jahre hier in der Obreitung versammelt. Und da ist das dann der Sommerdach, jedenfalls diesen Juni, die Hanni, die MBA, so all, Maakl daumen. Ja. Ja. Und dann kommen, und jeder Bezieher, kommen zwei Apolle zusammen und die, auch wir prüfen das dann, ob das alles richtig ist, die Obreitung. Und dann kamen wir miteinander hier in der Lokal und dann gibt es also Kirsten von Taylor ein Lützchen ein. So hat man das hier in Oswechland kennengelernt. Ja. Also keine Pizza oder so. Ja. Ja. Das war dann richtig. Bedächtig. Ja. Tophels und, und Schwingfleisch und, und Sonderzeiten. Ja. Ja. Und, und Grünbonneby oder so. Ja. Ja. Das ist also so, ähm, das ist so, äh, vier Jahre, immer in Schaltjahren. Oh. Nun sind wir, wie 20 waren dran. Letztes Jahr haben wir uns auch gleich zusammen. Ja. Und, äh, und dann wurde eigentlich den Namen sagen und dann wurde ich nach Kärchen und, äh, er bladet, ob das auch was war ist. Ja. Und dann wurde ich in Thetenmarkt. Ja. Und ich lief, sag ich mal, ja, wir können auch hier noch wieder gehen, das sind nur die Nähe hier, die Nähe für ein Jahr. Und wenn das dann gewählt, dann habe ich hier so ein Lötchen Back gestanden mit, gibt es ein Euro Blut, das ist ja nicht falsch. Aber das habe ich auch abgehört, früher gibt es das ein Groschen. Ja, und dann sieht man, wie wir nun Fachgelder kriegen und Hörgelder kriegen, hat sich das ein bisschen absetzt und dann gibt es 2 Mark und nur 1 Euro, das ist natürlich bemeint nicht falsch. Und die meisten, die schmieden dann Euro da und lieferieren den Pottchen und dann war hier der Teigenmarkt DDT. Früher haben wir den Mönch den Böcken geschrieben. In der Beschreibung von Australienlander hat er doch hier, die Australien sind des Schreibens und lesen es nicht mächtig. Ich meine, nicht Aal, aber die Masse, die große Delle hier. Und dann nimmt er den Mönch den Böcken geschrieben und dann war hier das Wort DDT, DDT, ist latinisch, ausgezahlt. Ausgezahlt, ah ja. So, und dann sagt man auch, dann kann man sehen, hier, die hat das Geld also gekriegt. Oh ja. Ja, so läuft das hier auf, dann kommt dann hier hin und so ein oder andere kommt hin und dann kommt hin und dann wird das nicht mehr verbringen. Also, wenn man die Gezelligkeit nicht unbedingt will, bleibt in Haus. Aber bei der Gezelligkeit kommt ja sicher eine Menge hin. Ja, das ist auch etwas Besonderes, wenn man tillaget hört, dass ich früher wohnte, ich wohnte weniger als meine Arboren. Von daher bin ich dort Arboren da, die Boren wohnte immer weniger. Und darum, wir haben hier so viele Doktoren und Professoren und wenn es 18 Uhr ist, dann habe ich dann, als Sündigkurs bin ich hier, dann habe ich dann auch mal was Föder getragen. Und dann habe ich dann erzählt, ja, wir haben nun von da auch was Besonderes, weil die Boren hier immer weniger waren, aber nun habe ich hier Akademikers. Ja. Okay, das passt, ja, mit Acker, ne. Ja, da muss ich mich jetzt schmissen, ne. Ja. Aber das, das verdient sich, aber das spielt auch keine Ruhe. Nee. Nee. Hörplatz ist immer hier. Ja, hier sit, hier sit ich eigentlich immer, weil ich auch die Sündigkurs bin und die äutste Tälachter bin. Oh, auch das. Ja, die äutste Tälachter sind immer hier. Ja. Und hier sitzen am Ende, wie ich es, für Zweidemann. Ja, wir sind gefährt. Ja. In diesen Stollen, wo, 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 wo. Ja, weil wir zuerst durchwärken. Ja, genau. Und wir wollen auch gerne unsere Hand nehmen, ob sie nirgends am Arzt, nicht. Aber dann ist das ja für mich eine besondere Ehre, dass ich hier sitzen dürfte. Das kann man wohl sehen. Ja. Das freut mich. Ja, Küche. Ja, das kann man wohl sehen. Ehre, wem Ehre gewöhnt. Danke, ja. Damit der Tück auskommt. Ja, dann habe ich noch gefragt, ob diese große Wand haben, die Sie da haben. Und was hat das für bedeutet? 1600 sind dort den Namen von den Telachters ab, wo Sie hier viel glieben. Wir haben ja acht Bezirke und ein Telachter verweidet immer zwei Bezirken, einmal im Feu und einmal im Herbst. Und wenn ein Telachter wählt wird, wird auf Lebenszeit wählt. Also der Name, der da steht, der Teil der Feu steht, dann ist ein Telachter geworden. Und der Teil der Achte steht, das ist dann der Dach, wo aufgeladen ist. Heu wenig gibt das mal dazwischen, das ist aber nicht extra angeben, der eine immer kann. Und ja, früher kann ich, oder von da kannst du mit Auto herbringen, aber früher kommt mit kurz oder so. Und äh, das wäre natürlich schwer. Aber Heubaum sind ja auch zwei Leute, die sind abgesetzt. Abgesetzt? Ja, die haben doch mal Geld besitzt. Haben Sie Töffel versucht zu haben? Ja. Ja, aber anders waren die auf Lebenszeit weg. Also der Pornamen, der da in Goldenskrift aufsteht. Und der sind 50 Jahre lange Telachter gewesen. Und da hat ja was drauf, wir wohnen ja noch von da auch an Bieter alle dort und so, hey, warum auch kein 50-Jähriger dabei? Und man muss dann ja mehr oder mehr in jungen Jahren Telachter gewohnt werden. Ja. Ja, nun habe ich so viel gehört, nun will wir ganz gerne ein bisschen was von Norden hören. Norden hat ja die große Kaag, das ist die Ludgeri Kaag. Das ist richtig, ja. Diese Ludgeri Kaag ist ja gut alt, aber für lange Zeit hat ja da noch zwei Kaag Tanks dann. Der Andreas Kaag. Ja, das ist richtig. Das ist so ein Stuftag. Das ist so ein Stuftag. Ja. Und der eine war eine Ortskirche und der andere war eine Landeskirche. Ja. Und es scheiden sich in irgendeine Form. Ja, nun damals das war ja noch auch für Lutistin, also da bin ich noch auch getauscht. Und mehr oder mindestens denke ich mal. Und ja, wo das dort gekommen ist, das kennt man alles so okay nicht. Nicht, nein. Nicht, aber... So viele Menschen gab es ja in Nürn, nicht? Nein. Da durften zwei Karten nötig waren. Eigentlich nicht nur zwei so große Karten. Ja. Andreas Kaag, der will ja manchmal noch ein bisschen haugen und grüten. Ja. Aber der ist ja damals der, wie wir vorhin immer beschreiben haben, der uns auch damals da gebrannt hat. Der ist ja auch Andreas Kaag. Ja. 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 Und ja, das ist nun, wo die ohr, teigen die, die Lutgeri Kaag, ich bin uns hier nicht hingaufe. Ja. Der ohr Kaag ist, Dorst und der Andreas Kaag. Ja. Ja. Und Nürn ist ja die eiste Stadt. Holste Stadt in Ostreschland. Ja, das ist richtig. Wie sind du, äh, 2005 habe ich, äh, 2005 habe ich die 750 Jahre hier von Nürn. Ja. Das erste Mal für 750 Jahre ist damals Nürn als Stadt, mit Stadtrechten urkundlich erwähnt. Ja. Dort betrachten wir uns auch. Ja. Nein? Ja. 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 Also man muss hier irgendwie ein Grundlage haben und das ist, äh, hat man da, wohl Urkunden gibt es ja auch noch, in Lernstub und so wieder, hat man ja in Hebel auch bewahrt. Und da ist also für 250 Jahre dann Nürn Stadtrechten. Nürn hat also die ganze Zeit von den Häuptlingen auch hier mitbelebt. Ja. Wo? Und er hat auch ja bestimmte Problemtiden, hat. Eine Problemtide, was ja, die Pest. Ja, das wäre ja, wenn wir bloß hier in Nürn. Nee, da war es ja. Wenn wir in Heidel-Strechtland. In Heidel-Strechtland. Ja. Ja. Was ist das? Ja. Und, okay, Sturmfluten, wir sind hier nicht ganz an Nürn vorbegegangen. Über Ostreschland sind hier in Hebel stürmgegangen. Sturmfluten da? Da kennt man mich so ein bisschen mit auch, weil ich da auch Vorträge aufholt da. Ja. Also. Und da ist doch auch die große Leihbucht entstanden. Ja. Wann ist das im Westen? Ja, das wäre hauptsächlich in den Jahren 1873 bis 1877 so um den Schlag herum. Ja, ja. Also eine Heidel-Gruppenflut war 1874, 1874 und 1877. Ja. Und dort ist Nürn hier, von Westen hier ist eine riesen Burg, die sogenannte Leihbucht in Braten. Ja. 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 Ja, dann kommt, ja, ja, so Rufwerk. Das wäre mehr so ein Schlagzeugprozess, aber Nürn liegt direkt. Ja. Die bieten an Nürn heran. Ja. Ja. Und dort ist Nürn ja auch als Haufenstadt bekannt. Ja. Und neben M, dann ist sogar mein Kürtentitler, Grote West als M, von Umschlag her. Aber das ist ja nur, wenn die indikt wurden und so, nah und nah. Durch die Landanlandung, wie wir mal sagen, hat sich das verändert. Ja. Ja, man konnte ja, wenn ich Tüttel lernte, doch wie nun, dass wir hier auf Marschen lernten. Ja. Das ist ja nun wirklich auch fruchtvoller Land. Ja. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall, ja. Und das neue T-Museum, wo Sie hier dann auch gerne mit zusammen in ein Gebäude sitzen, ist auch ja hier bekannt, ja? Ja, das kann man wohl sagen. Man hat hier, also wie uns in Nürn, das war hier früher ein Heimatmuseum. Ja. Und das besteht ja noch über 100 Jahre. Ja. Und in den 20 Jahren, glaube ich, ist das die erste Anfänge gewesen. Ja. Und wer hätte ich, ja, anfangen mit dem Museum. Ja. Und da hat man sich dann hier dann was entschlagen, hier im T-Museum, weil aus Schlesland sind hier nur Tee trinken. Ja. Ja, und in Nürn wurde auch kein Tee macht. Ja, wir haben auch, also eine Gruppenfirma, die besteigt ihr auch noch. Ja. Und, äh. Das ist auch nur bei uns, ne? Ja, das ist auch nur bei uns, ja. Die besteigt ihr hier noch in Nürn? Ja, die hört ihr nicht mehr zu der Familie. Ja. Das ist ja nun, die sind wie Hamburg, die Gruppenfirma. Ja. Die haben aber produziert hier noch in Nürn. Also die haben hier noch, noch ein Steil, wo sie ein bisschen wird. Ja. Ich weiß nicht, ob sie noch, noch Teebüttels machen. Kann ich aber so im Moment nicht sehen. Ja. Aber eine Europäische Tee hat man ja nicht mehr so in Umgang, träfft man ja nicht so mehr an, ne? Ja, das ist nun ein bisschen mit Unnüsch geht. Aber wir haben, ja, war drei Angreiter, eigentlich zwei Firmen sind auch so, die dominieren sie. Ja. Und da werden sie es auch in Bundesgebiete, wie man, äh, die, früher, die Anarbeitsfirmen, eine ist hier in Lehe und eine in Emden. Ja. Ja. Die haben, sie haben hier auf uns gebeten. Von da auch nicht mehr, da kann ich auch wieder. Ja, klar. Nicht? Aber, die können auch noch werden, sie sind auch früher, wie der Ruttgarten auch. Oh. Also insofern ist das in Deutschland vielleicht noch ein bisschen mehr bekannt. Aber natürlich nicht in den größten Ordnungen, die werden angefangen. Ja. Und Dornkart hat auch ja mal einen Tee erst. Die haben auch eine Tee-Firma, ja. Ja. Dornkart-Tee. Dornkart-Tee. Ja, das ist richtig. Ja. Ja, Dornkart wäre jetzt in der Tee, leider, die sind ja nun irgendwo nicht. So ein bisschen in den Sand sind, aber die haben ja 600 Löwen gearbeitet, nicht? Ja. So viele Löwen. Ja. Ja, die sind ja in der Gauerttiden. Wahrscheinlich, glaube ich, die sind ja in der Nörden, nicht? Ja, ja. Ja, ja. Wir haben hier hausständig gesehen, wie die, wir haben vor, wir haben es aber… Nein, es ist ja eine ländliche, bäuerliche Region. Ja, so kann man das auch sehen. Kann man das auch sehen. Der Tourismus ist natürlich ja groß. Ja. Nördennäher ist natürlich das Ziel, aber an Küsten… Nein, nur noch… Aber an Küsten blieben ja Müll hängen. Ja. Nördennäher ist ja auch Heilgroten-U-Bau worden. Da kann man sehen. Da kann man sehen. Nördennäher profitiert sich auch groß davon. Ja, natürlich. Also das ist das, was von da auch der Mittelpunkt in Nörden sehr gut macht, nicht? Ja, wenn wir den Tourismus in Nörden nicht in der Koks haben, das ist ja die große Kuhbad, nicht? Nördennäher. Ja. Nördennäher. Ja. Insofern, so wie hier die Heilgroten-U-Bau stehen. Ja. Ja, Herr Kampen, wir haben nur so viel von der Hütte. Und das ist auch wertvoll, was wir von der Hütte haben. Und ich freue mich, dass wir das für uns Fehmuseum Island in Westbrook Fein nutzen würden, dass wir uns Gäste das wissen würden. Und wenn Sie auch hier Gäste noch haben, die auf ein oder andere, mal ein bisschen was von Höhe mitnehmen wollen, würden Sie auch da gehen wollen. Die von denen arbeiten, wo wir das auch aufgenommen haben. Mhm. Ja. Wir bedanken uns sehr herzlich dafür. Seien Sie noch als Bad Lope hier aktiv als Gästeführer. Ja. Bleiben Sie wiederher so aktiv, als Sie sind. Das will ich doch haben. Ja. Und machen Sie noch lange, das wieder, wo Sie Spaß haben. Ja. Ich bin ja auch noch in keinem Schrift droben, aber da können wir noch ein paar Jahre warten. Ja, ja. So ein Krüger sei U-Zeit, würde ich sagen. Ja, ich bin noch nicht so frei noch. Könnt Ihr das machen? Ja. Ja. Ja.